Sebastian, jetzt machen wir Wettrennen. Auf die Plätze. Fertig. Los, geh. Ich bin eh so schnell. Halt, wo bist du? Wo? Bist du zu unserer Wohnungstiere rein? Wo? Wo gehen wir da hin? Ja. Geradeaus? Boah, da bist du schnell. Da geh ich gar nicht nach. Das gibt's ja nicht. Jetzt sind wir da. Yippie. Hallo. Ist das unsere Wohnung? Sebastian, ist das unsere Wohnung? Nein. Jetzt zeig mal den Sessel her, wo du gekriegt hast. Campingsessel. Siehst du ihn nicht? Geh Sebastian, siehst du ihn, wo er ist? Da ist er. Das nimmt Papa sein Sessel. Nein, das nimmt Papa sein Sessel. Tu mal den Foppa raus. Kannst du das schauen? Gefällt es dir da Sebastian? Ja. Ganz. Ganz. Auseinander kloppen? Genau. Super. Ja, du laugst eigentlich auf die Zeit dran, genau. Ja. Jetzt muss man es fest siegt. Wo stößt er denn hin, Leicht? So, ein paar Tauschen. Ja. Ja. Du willst du überall rausziehen? Du willst überall rausziehen, das sind mehr. Ja. Super. Yiiiiiii. Bravo. Und wo warst du heute schon mit dem Sessel? Ähm. Ähm. Einkaufen. Einkaufen. Einkaufen? Nein. Warst du schon am Strand? Eiii. Eiii. Da. Sicher. Und ist du heute schein? Nein. Hier. Geh, geh. Jetzt geht es nicht mehr, gell? Geht nicht mehr. Foto geht es nicht mehr. Foto machen. Wir machen ein Video, Sebastian. Kein Foto. Zeig mir mal, was du überspielen tust. Wo spielst du ihn tue ich weil? Mit dem Büffel. Wo ist denn der Büffel? Draußen. Ja. Zeig mir es wo denn. Genau dort liegt er. Genau dort liegt er. Gehen wir hin, he? Komm, gehen wir hin zum Büffel. Ich glaube nicht liegen. Ich glaube nicht liegen. Da liegt er ja wirklich. Das gibt es ja nicht. Wieso denn das? Wieso denn das? Wieso denn das? Und taugt er das Spielen? Ja. Wir finden da alte Plätze fertig. Wir finden die Ländwürfe. Wir werden gar nicht. Sebastian, hey. Sebastian. Mich geschwind. Mich geschwind zum Pool rein mit mir. Machen wir wieder weg rein zum Pool? Auf die Plätze. Fertig. Los, komm. Boah, du bist heute schnell. Ja, ich bin ein kleiner als Pool rein. Ah, da ist leider zugespielt. Da kann man nicht mit dem Schlüssel rein. Vielleicht können wir trotzdem klein. Durchgefühl mir. Schau. So schaut es aus, gell. Und weißt du da schon öfter, Sebastian? Was? Geht gerade heute in den Nachmittag, oder? Mit wem hast du da einen gespielt in den Nachmittag? Mit der Mama. Und? Mit der... Hä? Claudia. Genau. Und mit dem Fisch. Mit dem Schwimmfisch. Sebastian, rein nehmen wir noch zu den Waschmaschinen. Das ist ganz weit. Okay, machen wir wieder auf die Plätze fertig los. Da, bei der Linie da? Genau.